Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Schüttel auf die Blätter. Gibt es dafür eigentlich eine spezielle Verwendung? Die Kastanienmännchen sind fürs Herbstfest. Wahrscheinlich gibt es auch ein Frühlingsfest und ein Sommerfest. Und dann hat man sich tot gebastelt. Kastanienmännchen, ist doch kein Ende hier. Doch, Paul, was ist das Ende hier? Wo wollte Ihr Mann denn hin? Ich hab trainiert. Marathon, Berlin-Marathon. Am Ende will er ihn auch noch gewinnen. Warum nicht? Das brauchen wir ja gar nicht mitzumachen. Paul Haberhoff, Olympia 56. Bauchschmerzen. Bauchschmerzen. Ich bräuchte mehr Kohlenhydrate. Ich bin schon fast an der anaeroben Schwelle. Ich bin auch gleich an der anaeroben Schwelle. Sie laufen uns jetzt hier nicht mehr im Park rum. Wie können wir denn das Laufen verbieten? Verbieten? Die machen sich Sorgen. Sie haben massiv gegen die Dienstvorschrift verstoßen. Wir hatten einmal Spaß gehabt. Spaß? Lustig. Da laufe ich mir den Arsch ab. Der Marathon ist jetzt schon völlig überbucht. Schon mal unter 2,40 gelaufen? Ja. Wach auf! Es ist vorbei! Verstehen bleibt er schon verloren. Jetzt fertig mit der Welt. Der läuft sich zu Tone. Das Ende. Das macht Angst. Sie müssen keine Angst haben. Geht immer gut aus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020